Und zwar brauche ich Fische für mein 60p. Die rasten komplett ausfarblich zurzeit. Ich habe vorhin den Laden erwähnt, dass ich überlege, das Aquarium hier wieder abzubauen. Willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich bei Liquid Nature, weil ich neue Fische holen will. Und ich bin nicht alleine. Natürlich ist der Stefan auch da. Hallo. Ich wohne ja hier. Ja, mehr oder weniger. Es ist schon nach den Öffnungszeiten. Also wir müssen uns beinahe, dass die Aquarien nicht aussehen. Ja, die Alexa wird uns gleich blockieren. Ich sehe das schon. Galerie-Aquarien sind zum Teil schon aus. Ich würde sagen, wenn die Leute da mal eine Tour sehen wollen vom ganzen Laden, einfach in die Kommentare schreiben und machen wir mal eine Tour aus meiner Sicht. Ich bin dafür, ja. Ja. Und zwar brauche ich Fische für mein 60p. Also ich kann dir auch gleich ein Foto zeigen. Ja, das ist immer hilfreich, voll. Struktur im Aquarium entscheidet ja auch immer, welche Fische sich da drin wohlfühlen. Oh, okay. Und da haben wir ein echtes Dschungel-Aquarium. Sehr, sehr nice. Was sind das für Wurzeln? Sind das die Juniper? Ja, genau. Aber es sind schon Fische drin. Ich weiß nicht, ob du sie sehen kannst. Ja, ja. Hier. Die kleinen Blondts sind Suna, Daniel, Axel, Rohdi. Ja. Das war es auch. Das war es, okay. Das sind jetzt fünf Stück. Die habe ich jetzt schon so eineinhalb Jahre. Ich weiß gar nicht, wie alt werden diese Tiere. Erstaunlich alt. Über so Bärblinge wundere ich mich immer wieder. Weil diese kleinen Tiere, Suna, Daniel, Axel, Rohdi, aber auch zum Beispiel diese kleinen Boraras, viele Jahre im Aquarium leben können. Also ich habe schon gehört von Tieren, die älter als fünf Jahre sind, wie alt genau sie werden. Das ist immer so Sache. Aber ich würde mal sagen, zwischen drei und sieben Jahren ist so in ihrer Lebensspanne. Ja, Boraras, das hatte ich auch schon mal so zwei, drei Jahre und habe den abgegeben. Also für so einen kleinen Fisch ist das echt immer erstaunlich. Ja, stimmt. Vor allem, also die sind ein Hauch von nichts mit Flossen dran. Ja. Es ist verrückt, dass die so lange im Aquarium schwimmen. Du hast jetzt mehrere Möglichkeiten in Wirklichkeit. Entweder, ich gebe dir mal dein Handy zurück, das ist riesig nebenbei bemerkt. Entweder aufstocken. Also ich finde, die Suna und Daniel, Axel, Rohdi sind die coole Variante von blauen Neons. Also das sind wirklich schöne Fische. Die haben dieses einzigartige schillernde Blau und die Männchen kriegen die schwarzen Afterflossen. Wir haben auch hier drüben welche im Schaubecken. Und die sind einfach fantastisch. Auch beim Schwimmverhalten. Wirklich schöne Tiere. Was wichtig ist, wenn du so eine Axel, Rohdi hältst, dass du weiches Wasser hast. Ja, das habe ich hier mit Osmusewasser. Voll. Also das ist kein Problem. Ich hätte auch gedacht, dass ich die Gruppe einfach vergrößere. Weil jetzt fünf Stück ist ja nicht so viel. Das ist nicht so ideal. Aber du kannst ja vergesellschaften. Also im 60er Becken ist ja an sich gut Platz. Und es gibt dann einen Fisch, der lebt auch in der Natur im gleichen Habitat wie die Suna und Daniel. Das ist ein kleiner Labyrinth-Fisch. Ein Zwerg-Kurami. Und zwar der knurrende Zwerg-Kurami. Die haben wir hier. Und das ist ein Fisch auf den zweiten Blick. Aber wenn du dir die mal ansiehst, da sind Männchen mit diesen roten Flossensäumen. Sind die mega, mega hübsch. Ist hier leider, glaube ich, ein bisschen schwierig zu filmen, oder? Siehst du das? Ja, so ein bisschen geht es. Also hier oben. Ja, wahrscheinlich auch die größeren Tiere. Das sind die Männchen. Die kriegen schon roten Flossensäumen. Und die heißen nicht ohne Grund knurrende Zwerg-Kuramis. Das ist der Trichopsis pumila. Und den hört man wirklich knurren. Ich habe eh welche mit 120 PE. Stimmt, du hast ja schon welche. Ja, da hört man die immer wieder mal. Okay, dann willst du die nochmal einsetzen? Wahrscheinlich nichts. Ich hätte auch Blaubarsche da. Hier drüben. Ja, die Black Tiger Darius. Auch echte Schönheiten, obwohl sie solche Winzlinge sind. Also der Große hier rechts, der ist vielleicht, wenn überhaupt, drei Zentimeter. Das sind wirkliche Knillchen und sehen trotzdem ganz fantastisch aus. Ich glaube fast eher die. Die habe ich zwar auch noch im 120 PE. Das sind für alle Fische die gutsten im 120er. Wie wäre es mit Ziersalmlern? Ziersalmlern gibt es auch wirklich tolle Varianten. Hier haben wir zum Beispiel roter Ziersalmler, den Nanostomos Mautentalleri. Für mich der schönste Nanostomos von allen, weil er eben nicht ganz so klein bleibt und einfach ganz, ganz tolle Farben hat, vor allem die Männchen. Und eins daneben hätte ich noch. Nanostomos Equus, Spitzmahl Ziersalmler. Die haben halt dieses lustige Schwimmverhalten. Und ihre Schwanzflosse ist halt halb braun und halb blond, würde ich mal sagen. Und dadurch sieht das manchmal so aus, bei dem, bei der oberen Teil der Schwanzflosse, gerade bei beleuchteten Rückwänden, sieht man den nicht. Und dann sieht das einfach so aus, als hätten die nur so eine halbe Flosse. Genau, so eine halbe, so ein Paddel als Schwanzflosse. Und das sind ganz fantastische Tiere. Die sind vielleicht farblich nicht die allerspektakulärsten Tiere. Aber schau mal, wie die schwimmen. Also die schwimmen halt so. Das ist cool. Ich muss mich da fast wieder enttäuschen bei denen. Ich habe die ja auch schon. Die wären 60 Pil. Wir haben schlecht vorbereitet. Aber die Martentaleri. Die Martentaleri sind auch gut. Die denke ich, würden gut passen. Immerhin. In dem ganzen Aquarium. Jetzt muss ich mal kurz schauen, was wir sonst noch da haben, was ganz gut passen würde. Wir haben richtig coole Fische hier. Regenbogen-Ellritzen. Ja, die Regenbogen-Ellritzen. Die rasten komplett ausfarblich zurzeit. Die sind leider nichts für ein 60er-Becken. Aber wenn du dann 120 einmal umgestaltest, kannst du ja Regenbogen-Ellritzen halten. Wie wäre es mit Schilfsalmler? Schilfsalmler sind auch eine coole Option. Ja. Da haben wir auch hier Männchen, die bereits diese weißen Filamente ausbilden. Was auch ganz cool ist. Auch wieder farblich. Ah, eher ein Tier auf den zweiten Blick. Aber mal schönes Verhalten. Der Tier hat dich auch sogar schon überlegt. War zuerst der Gedanke nur die einzusetzen. Und dann eher nicht, weil die ziemlich scheu sind. Ja, das stimmt leider. Aber in Kombination mit den Sonandanius wäre das eigentlich ganz cool. Das könntest du ja auch ein bisschen rauslocken. Es ist ja immer ganz praktisch, die richtige Fischkombination zu finden. Dass eben die scheuen Tiere ihre Scheu so ein bisschen ablegen. Ich habe auch ein Beispiel Aquarium hier drüben stehen. Da sind blaue Neons drin. Und die sind ja auch eher scheue Fische, hätte ich jetzt mal gesagt. Und wir haben sie hier kombiniert mit den gelben Phantomen und den Zergziasalmlern. Und dann sind die blauen Neons einfach gar nicht mehr scheu. Schau mal hier wären auch Barsche, die gut passen würden. Das ist der Apistogramma Borelli Opal Männchen. Und das hier ist das Weibchen. Das sind auch ihre spektakuläre kleine Barsche. Die du eben auch in einem 60er Becken auf Dauer artgerecht halten kannst. Sind auch was auf den zweiten Blick, muss man auch sagen. Tendenziell auch ein wenig scheu. Okay, hat sich das Licht hier ausgegangen? Jetzt wird es finster. Okay, jetzt habe ich eine viel größere Auswahl, als ich zuerst gedacht habe. Also so ein Daniel Axel Rudi auf jeden Fall. Also da noch mehr. Ja. Ich weiß nicht wie viele noch. Noch so 10 aus einer 15er Gruppe. Ja, so 10, 12 dazu. Schadet nicht. Ich hätte noch einen Kandidaten, weil wir gerade da auch vor einem 60er Becken stehen. Blauaugenfische. Kommen aus Australien. Pseudomogil. Wir haben hier die orangenen Tiere. Das sind Pseudomogil luminatus. Das sind die Männchen, die mit diesen orangenen Körpern blauen rücken. Und die Weibchen sind ein bisschen blasser. Und das Besondere sind die Flossen. Also wenn die in der Bald sind, dann flattern die so mit den Flossen. Ganz fantastisch. Wäre auch noch eine Option. Würde auch gut zu den Sonandanius passen. Ich glaube die Schilfsammler sind so mein Favorit. Weil die wollte ich schon vorher auch schon. Die sind auch cool. Und sieht man viel zu selten. Ja, voll. Ja, dann gehen wir Fische abonieren. Weil ich glaube Basel dann auch noch dazu wäre ein bisschen zu viel. Heute ist nicht alle Tage. Ja. Also kann man ja auch noch nachreichen. Du bist ja öfters hier. Da ist das ganz leicht. Die Fische sind auch schon finster. Alexa, Fische einschalten. Oh, das hat funktioniert. Auf Anhieb. Na dann, angehen wir ein paar Fische. Da gibt es ja auch immer wieder die Frage, wie wir das hinkriegen, dass wir die Fische aus unseren eingerichteten Aquarien fangen. Finde ich ganz lustig. Und der Trick sind einfach zwei Kescher. Ein kleiner und ein großer. Beim großen gibt es bessere und schlechtere. Ich habe jetzt hier das Easy Net, damit ich es richtig sage, von Hobby. Es hat so einen Kunststoffrahmen, damit ich das gut gegen das Glas drücken kann. Und die Fische dann im Beutel bleiben. Und dann kann ich es halt hochziehen. Das ist mega praktisch. Leider sind die viel zu lang. Ja, die großen sind echt lang. Ja. Also ein kleines würde ich mir auf jeden Fall mitnehmen. Also das ist ein Schlaanz. Aber das ist ein bisschen heftig gewesen. Deswegen haben wir das abgekürzt. Das passt halt noch viel besser für uns. Aber die sind praktisch. Also gerade auch wenn du in eingerichteten Aquars Gäbs mal ein bisschen rumschönglieren willst mit den Fischen, würde ich auch immer ein großes und ein kleines Netz verwenden. Und sie haben nicht so Kanten, wo sich die Fische drin haben. Ja. Oft sind da die Seiten so umgeschlagen. Ja, auch die Nähte. Also da gibt es halt auch Fischnetze, die so kantige Nähte haben. Und das ist manchmal echt blöd. Da verhält sich die Fische drin und da ist so eine Art viel besser. Mal schauen, wie schnell du da schaust. Ja, du kannst die Zeit stoppen, wenn du willst. Das sind ja auch noch die, wie heißt das, Kubotais in deinem Aquarium. Ja. Deswegen, die hatte ich bis jetzt noch nie in irgendeinem Aquarium. Wirklich? Das hat nie irgendwie so gepasst, was die gepasst haben. Irgendwie hat es nie so ergeben. Aber es sind auf jeden Fall auch richtig coole Fische. Ja, es ist einer der wenigen grünen Fische. Da gibt es gar nicht so viele. Und in der Größenkategorie, also so unter drei Zentimeter, kenne ich nur die. Also die meisten sind schon im Kescher. Ja, ich habe leider auch ein paar Kubotais erwischt. Die müssen erstmal aussortieren. Genau. Aber so ist es auf jeden Fall besser, als jeden da einzeln zu jagen und durchs Aquarium zu scheuchen. Ja, und du hast auch gesehen, das Keschern selbst braucht nur ein paar Sekunden. Das ist halt sehr angenehm. Und vor allem versetzt nicht alle Fischer in totale Panik, sondern das ist ein relativ entspannter Prozess. Nicht nur für mich, was ja auch wichtig ist, aber vor allem für die Tiere. Natürlich, wenn jetzt nur noch einer da ist, wird es schwierig, aber sonst... Ja, das stimmt. Es sind ja eh meistens genug da, also das ist kein Problem. So, ein paar lasse ich noch frei. Drei, sechs, neun, zwölf, dreizehn, vierzehn, glaube ich, habe ich. Ein bisschen Schwimmpflanzen am Boden verteilen. So, jetzt machen wir noch den Proof. Im Sack zählen ist manchmal so eine Sache, wenn die Fische nicht stillhalten, mache ich einfach ein Foto. Dann kann ich hier nachzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Easy, cheesy. Perfekt. So, und jetzt noch Schilfzahlen, aber wie viele davon? So sechs? Ich würde sieben nehmen. Ich versuche drei Männchen, vier Weibchen zu erwischen. Das ist ein bisschen territorial. Stenkern sich manchmal an, beißen sich aber nicht in die Flossen, wie andere kleine Salernotters machen. Sie sind sehr entspannt. Und ich bin gespannt, ob sie bei dir im Aquarium scheu sein werden oder nicht. Ich tippe ihr auf Nein, weil du dann ausreichend Sonandanius hast, die sehr stressfreie Fische sind. Ich bin gespannt. Also bis jetzt hatte ich ja oft nicht so viel Glück mit scheuen Fischen. Ja, das kann man so sagen. Das sind oft Tiere, die man einfach kaum gesehen hat. Ja, aber Sonandanius sind auf jeden Fall kein Problem. Die sind immer sehr... Kann es ja nur besser werden eigentlich. Ja, natürlich. Da hat er doch auch was hier. So ein paar... Siegfaden Fische, ja. Nimmst die ganze Gruppe einfach für den Sechzigabend. Auch wenn die schon ausgewachsen sind, sind die in der Spur zu groß. Oder sind schon ausgewachsen, oder? Ja. Die größeren zumindest. Vielleicht, dass die Filamente noch länger werden, die Flossen. Aber der Körper wird nicht mehr viel wachsen. So, jetzt versuchen wir hier möglichst Sorten rein. Schilfsalmler. Wunderbar. Jetzt schauen wir Tiere mit so langen weißen Filamenten. Das sind die Männchen. Nehmen wir gleich mal den hier. Also Filamenten sind die ansetzenden Flossen? Genau, diese verlängerten Flossen, ja. Und auch die Rückenflosse ist ein guter Zeiger. Also hier. An dem Tier erkennt man es richtig gut. Er hat eine ganz lange... Ah, wo ist er denn? Ja, der hier. Eine ganz lange Rückenflosse ist ein eindeutiges Männchen. Ist jetzt das Vorteil, dass es Sommer ist und die Fische ein bisschen länger hier sind? Ja. Damit man es ein bisschen besser sehen kann. Ich muss auch sagen, ich genieße den Sommer immer hier. Weil im Sommer ist ganz einfach weniger los in der Aquaristik. Ist ja klar, das Freibad lockt einfach im Sommer und die Donauinsel und so. Aber das bedeutet für uns, dass die Fische mehr Zeit bei uns im Laden verbringen. Und das ist so krass. Da sieht man einfach, wie schön sich die Tiere entwickeln. Das dauert ja nicht lang. Also wenn die Fische normalerweise bei uns sind, sind sie so drei bis vier Wochen hier, würde ich sagen, bevor quasi rotiert ist zu den Kunden. Und jetzt im Sommer verdoppelt sich das so in etwa auf eineinhalb bis drei Monate. Und das tut den Tieren so gut. Weil man kriegt ja oft vom Großhändler Fische, die noch sehr klein sind oder ein bisschen mager oder einfach noch nicht so schön entwickelt. Und wenn die ein bisschen länger rumschwimmen, auch bei den Keilfleckbärblingen, ist das ganz krass. Wir kriegen die frisch rein. Die haben nur so eine Nuance von Rot. Und dann schwimmen die einen Monat hier und dann sehen die so aus wie jetzt. Und dann sind sie wunderschöne Fische. Und ich mag Fische ja gerne. Ich freue mich dann immer, wenn wir auch so richtig schöne Fische da haben. Ja okay, dann haben wir die Fische für das 60p mal alle gefangen, oder? Ja, so schnell kann es gehen. Und dann würde ich noch ein paar Panda-Panzerweise mitnehmen für das andere 60p, das Biotop-Style. Da habe ich ja schon eine Fünfergruppe eingesetzt. Ich sehe nur noch vier, aber ansonsten geht es gut. Und ich denke, da würde ich noch so drei dazusetzen, dass die Gruppenspur größer ist. Ich werde die auf Dauer dann wahrscheinlich irgendwann mal ins 120p setzen, wenn die dann ein bisschen größer werden. Machst du ein neues Deo dran? Weißt du, ob die im Diorama so gut passen? Ja, ich bin schon an überlegen, was ich machen soll. Ich würde mal sagen, ich hätte gerne Leopard-Kugelfische. Und die würden ja im 120p und gehen. Wunderbar würden die passen, ja. Also das wäre echt cool. Da würde ich dir noch überlegen, was für ein Layout dazu passen könnte. Aber die hätte ich schon echt gerne. Das sind schöne Fische, ja. Ja. Also mal schauen, vielleicht mache ich das die nächsten Monate mal. Vielleicht sind es schon neu. Ich bin mir noch sicher, ich überlege jedes Mal. Und dann schweifen wir das Aquarium an und dann gefällt mir das auch noch so gut. Und dann überlege ich es wieder anders. Aber ja. Du meintest ja auch, du machst mit dem jetzt bei einem Wettbewerb mit? Ja, dann kann ich auch C. Wenn sich das noch gut ausgeht. Also gerade ist es noch nicht so ganz perfekt. Und es sind nur noch zehn Tage, also bis Ende des Monats. Und ich würde da noch ein paar Pflanzen vom Hintergrund mitnehmen. Dass das ein bisschen voller wird. Der Vorteil, ihr habt sehr viele Submensa-Pflanzen da. Deshalb denke ich, wird das kein Problem sein. Vor allem, wenn man die Hintergrundpflanzen eh nicht so sieht. Das ist nur das einzige Problem, dass jetzt noch viel Licht durchscheint. Und das sollte danach nicht mehr sein, auf dem Foto. Ja, das kriegen wir locker hin. Bisschen. Dichtige Engelpflanzen haben wir immer. So, die letzten Fische haben wir noch gefangen. Das war es noch erstmal mit den Fischen. Jetzt noch die Pflanzen und ein paar Produkte hätte ich auch noch gern. Da gibt es auch ein paar neue Produkte. Voll! Ja. Einmal eine relativ teure Sprühflasche. Ich wusste, dass du die haben willst. Ja, ja. Der Handspray von Thor, der ist wirklich cool. Also das ist der Sprüher. Der versprüht echt gut. Da will ich auf jeden Fall einen mitnehmen. Die sind hier hinten in der ADA-Ecke. Und was ganz geil ist beim Handspray, du kannst da an sich Leitungswasser einfüllen. Weil hier ist so ein kleines Baggy mit Mischbetharz. Das entfernt alle Minerale. Ich glaube 50 Liter steht drauf, aber bei weichem Wasser. Das wäre hundertmal auffüllen. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber es steht auch drauf bei weichem Wasser. In Japan ist ja generell oft sehr weiches Wasser. Ja, in Japan gibt es Regionen, da muss man sein Leitungswasser aufhärten, damit man es in den Aquarium füllen kann. Das ist ganz crazy. Das ist in Österreich eher selten, hätte ich jetzt mal gesagt. Legen wir die Fische mal her, decken sie zu, dass sie keine Angst mehr haben. Okay, jetzt Pflänzchen. Ja. Hast du dir schon Gedanken gemacht? Welche? Ah, Mörofilum, Mato Grosense. Das Mato Grosso 1000 Blatt. Ja, das ist eine gute Wahl. Das ist auch ein guter Grund. Das ist halt jetzt die letzten Wochen leider nicht mehr so gut gewachsen. Ich habe euch eben erzählt, das ist jetzt schon ein dreiviertel Jahr alt das Aquarium. Und ich habe jetzt erst Düngertabletten nachgesteckt. Ah, da war es spät dran. Wo ich es gesehen habe, dass es nicht mehr so schön wachsen ist. Also bevor ich herangehabe, habe ich noch einen großen Rückschnitt gemacht. Und dann habe ich relativ wenig Aquarium gemacht, auch nicht immer gedüngt und so. Schlechte Kombi. Und ja, dann noch der alte Substanz. Das ist nicht so ideal. Bei den Bodengrundtaps muss ich sagen, bin ich mittlerweile echt früh dran. Also ich sorge eher vor bei den Bodengrunddüngern. Ich habe jetzt auch in dem 100p hier nach nicht mal einem halben Jahr schon Tabletten gesteckt. Und das ist nicht notwendig höchstwahrscheinlich. Aber es gibt dir halt so ein bisschen einen Puffer, wenn du mal nicht so fleißig bist mit den Flüssigdüngern. Ja, weil Flüssigdünger sind, ich brauche noch eine neue Flasche Masterland 2. Die reichen zwei Töpfe? Das sind eh riesige Pensionen. Ja. Ich gebe dir einen dritten auch dazu, wenn du willst. Kein Problem. Ja, noch einen dritten dazu lieber. Damit es wirklich dicht wird. Und dann so einen Easy-Net habe ich auch noch gesagt. Das mittlere, also das kleinere. Dann die Sundanios haben ja einen relativ kleinen Mund. Kann man so sagen. Also ein sehr feines Granulat. Und da passt das Nano vom Bio-Gran echt gut. Also das habe ich ja schon zu Hause. Aber das könnt ihr mal aufstecken. Ist ein biozertifiziertes Futter. Und eine richtig gute Qualität. Und relativ fein. Ja, 0,4. Ist wirklich kleines Futter. Ist sozusagen die Nano-Variante vom normalen Bio-Gran. Das ist ja 0,5 bis 1 mm. Und das normale wäre für die Sundanios wahrscheinlich auch noch okay. Aber das feinere macht schon mehr Sinn. Weil die eben kleine Mäule auch haben. Ja, also jetzt bei denen, was ich zu Hause habe, habe ich das normale auch schon gefüttert. Aber die sind ja schon ausgewachsen. Ja, ja, ja. Deswegen das Nano für die Kleineren. Macht Sinn. Weißt du, was noch eine richtig nice Idee wäre? Ich habe ihn schon sehr in mein Herz geschlossen. Dieses Teil hier. Der Aquarium-Buddy. Weil hier finde ich es so praktisch. Wir haben ja hier diese kleinen Roll-Wägelchen. Und für hier sind die super. Aber das hier ist für zu Hause geil. Weil man klappt das einfach ein. Macht seine Tools wieder in seine normale Unterbringung. Und schmeißt das Teil in den Unterschrank. Und wenn man den Wasserwechsel macht, hängt man den einfach wieder da an den Aquarienrand. Und kann schon loslegen mit seiner Maintenance. Und das ist erstaunlich stabil. Das ist ziemlich cool. Das ist eine echte Erweiterung für das Sortiment. Ja, da will ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe ja meinen Holz-Tool-Stand. Und da will ich ja die Tools nicht während der Arbeit wieder reingeben, wenn sie nass sind. Ja, kann ich verstehen. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache, dass man da während dem Arbeiten immer einen Platz für seine Tools hat. Auch vielleicht auch Pflanzen-Rückschnitte. Ja, und der ist aus 100% Plastik. Der hält Wasser aus, ja. Wunderbar. Der Tank-Buddy. Das finde ich auch so eine coole Produkt-Benennung. Ja. Der Panzer-Freund. So, ich mache jetzt die ganzen Sachen zusammen. Dann geht's nach Hause und die Fische werden eingesetzt. Und dann sehen wir uns zu Hause wieder. Nicht vergessen, Licht abdrehen, Liquidomin zugeben und heute nicht mehr füttern. Ja. Perfekt. Ich bin zu Hause angekommen. Ich habe die Lichter schon ausgeschaltet. Und jetzt kommen die Fische rein. Einmal die Sonne Daniel Axelrodi. Und hier noch die Schilfsäumler. Wir haben hier noch Liquidomin, die der Stefan empfohlen hat. Da kommt ein kleiner Schuss rein. Färbt das Wasser jetzt ziemlich braun, aber morgen ist wieder schön klar. Und hier im Pyrotop 60p kommen die drei Panzerwässer dazu. Und da kann ruhig ein bisschen ein größerer Schuss Liquidomin rein. Weil da will ich ja auch, dass es leicht bräunlich ist. Dann habe ich hier noch die neue Flasche Masterland 2 Makro-Dünger. Und hier ist die leere. Die tauschen wir gleich aus. Und dann kann ich morgen gleich wieder anfangen zu düngen. Ich habe jetzt das Myrophilum im Hintergrund eingesetzt und aufgeteilt. Ich habe leider vergessen, Aufnahme zu drücken. Also muss ich es nochmal kurz erwähnen. Und zwar habe ich ja vorher im Laden erwähnt, dass ich überlege, das Aquarium hier wieder abzubauen. Also ein neues Layout zu bauen. Ich weiß, es ist ein bisschen schade und schon relativ früh. Es steht jetzt dann bald ein Jahr. Es wird noch ein bisschen dauern. Aber ich hätte sehr gerne Kugelfische. Und dafür ist das Layout nicht so geeignet. Und mit der Zeit wird es schon ein bisschen nervig zu pflegen. Das muss ich schon sagen. Also wenn ich hinten jetzt gerade alles einsetzen will, komme ich fast gar nicht hin. Und irgendwann wird es auch Zeit, hinten alles neu zu setzen. Weil es ja doch schon eine Zeit lang ist. Und irgendwann muss man die Stängelpflanzen neu einsetzen. Auch das ganze Moos wird irgendwann mal überhand nehmen. Das kann man alles in den Griff bekommen. Ist halt relativ viel Aufwand. Also ein Aquascape kurzfristig schön einzurichten. Kurzfristig zu pflegen für ein Jahr. Ist einfach. Aber das für längere Zeit zu pflegen, ist nicht so einfach. Und ich habe auch Lust auf etwas Neues. Aber schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob ich das Aquarium neu anrichten soll. Und auch für Kugelfische. Also ich bin sehr großer Fan von Kugelfischen. Bevor ich es vergesse. Ich habe jetzt die Sprühflasche befüllt. Ich habe jetzt auch das Harz reingefüllt. Aber bei Osmosewasser eingefüllt. Das Osmosewasser ist ja nicht zu 100% rein. Deshalb denke ich, ist das auch nicht schlecht. Die versprüht das echt gut. Und vor allem wenn man jetzt hier etwas besprühen will. Kann ich richtig gut das dosieren. Also mit der Verlängerung. Finde ich mega nice. Also eine richtig gute Sprühflasche. Zwar relativ teuer wie gesagt. Aber ich finde, das ist das Geld wert. Also kann ich nur sehr empfehlen. Ich verlinke euch die ganzen Produkte in der Beschreibung. Sind Affiliate Links zu Liquid Nature. Also wenn ihr darüber was einkauft, supportet ihr mich. Also am besten den ersten Link, wo es nur zum Shop von Liquid Nature geht. Speichern als Favorit oder in die Lesezeichenliste. Damit ihr immer wenn ihr was einkauft, zuerst auf den Link klickt. Und mich kostenlos unterstützt. Und dann kann ich mehr so Projekte umsetzen und mehr Videos für euch machen. Es sind jetzt zwei Tage vergangen. Und die Fische zeige ich euch gleich. Vorher füttern wir noch schnell die Frösche. Ich habe das schon mal vorbereitet. Also hier einmal Fruchtfliegen und eine Erdbeere dieses Mal. Dann schieben wir das Ganze auf und stellen die Erdbeere rein. Klopfen hier einmal, dass die Frösche wissen, dass das Futter kommt. Das mache ich jedes Mal. So wissen die Frösche. Da kommt gleich Futter und kommen dann nach vorne. Und hier kann man schon sehen. Hier nähert sich gleich einer. Also geht ziemlich schnell. Und kommt gleich zum Fressen. Hier muss ich aufpassen. Der zweite sitzt hier oben. Also die nutzen das ganze Terrarium aus. Also wirklich auch hier oben schneiden sie manchmal. Oft hier hinten drinnen. Aber jetzt wenn es Futter gibt, kommen sie natürlich vor. Und fressen. Immer wieder cool zu beobachten, wie die die hier fressen. Und die Erdbeere habe ich hier. Damit die Fliegen auf der Stelle bleiben. Und die Frösche möglichst viel davon fressen. Ich schiebe mal die Tür zu, damit die in Ruhe fressen können. Und lasse die in Ruhe. Damit die beide auch was abbekommen. Weil der zweite ist ein bisschen ängstlich noch. Und dauert sie noch nicht runter. Dann gehe ich ein bisschen weg. Damit beide auch genug fressen. Schauen wir noch rüber zum anderen Raum. Also zu meinem 3D-Druckstudio Küche. Wie auch immer. Und der 3D-Drucker läuft gerade. Und zwar drücke ich noch mehr von den Covers für die Klingenreiniger. Ich mache mir hier noch Licht an. Und zwar habe ich ja letztens schon gesagt, dass ich überlege. So Covers für die Giros Klingenreiniger. Und für die ADA Klingenreiniger anzubieten. Und es ist jetzt soweit. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob es die jetzt, wenn das Video rausgibt, schon gibt. Schaut am besten in der Videobeschreibung in meinen Shop. Wenn es die schon gibt, dann sind die online. Einmal die Cover für die Klingenreiniger. Und Soil Scoop. Also so ein Becher um Sand und Soil reinzustreuen. Auch eine richtig praktische Sache. Ich muss jetzt gleich noch so ein profesorisches Fotostudio aufbauen. Um ein paar Fotos davon zu machen. Es wird sie jetzt bald im Shop geben. Es wird ja auch demnächst bei Liquid Nature geben. Also falls ihr dort öfters bestellt, könnt ihr die auch dort mitbestellen. Ich bin noch ein bisschen dauernd. Ich muss noch schauen, wie ich die Sachen am besten verpacke. Dass sie auch bei Liquid Nature im Laden halbwegs gut ausschauen. Und halt auch überall einen Platz haben. Ich kann die nicht lose verkaufen natürlich. So und jetzt der zweite Frosch hier anfriest. Also bekommen beide auch genug Futter. Dann kommen wir zum Fischen, bevor wir hier zu kommen. Da sieht man schon, die Fische sind sehr aktiv. Schauen wir hier rüber zum 60p. Da habe ich ja ein paar Panzerwälder eingesetzt. Die sind immer relativ schreckhaft. Aber man kann sich hier hinten, ja hier hinten sehen. Es sind ja nur 3 dazugekommen. Ich hatte ja schon welche. Und das Aquarium gefällt mir auch immer besser. Dann kommen wir jetzt rüber zum Highlight. Zu den neuen Fischen im 60p. Man sieht die Schilfsammler auch viel vorne. Und vor allem extrem schön. Die jagen sich auch die ganze Zeit. Also balzen und die Männchen mit den ausgezogenen Flossen schon einfach mega gut aus. Also finde ich richtig cool. Vor allem weil die nicht so die ganze Zeit schreckhaft hin und hinten sich irgendwo verstecken. Sondern weil die aktiv durchs Aquarium schwimmen. Auch dass die Gruppe von den Sonetanio und Axelrody jetzt um einiges größer ist. Passt sehr gut. Vielleicht setze ich noch ein paar Nanostomos an. Die was in der Oberfläche sind. Weil jetzt sind eigentlich fast alle Fische so im mittleren Bereich. Und halt auch Mano Garnelen und andere Garnelen am Boden. Aber oben an der obere Wasserzone ist noch relativ viel frei. Aber ich finde die Fische mega cool. Also die passen da echt gut in das Aquarium. Ich muss jetzt bald wieder ein bisschen zurückschneiden. Vor allem hier das Elecharis ist schon ziemlich hoch im Vordergrund. Aber zum Teil will ich das haben. Weil das hat einen richtig schön verwilderten Look. Passt auch sehr gut. Aber auch im Hintergrund. Die Bessicaria muss ich da auch bald wieder zurückschneiden. Und hier im 120p muss ich mal schauen. Das schaut immer noch ziemlich kahl aus im Hintergrund. Also mal schauen ob es was mit dem Contest wird. Wenn nicht ist es auch nicht so schlimm. Ich mache die Aquarien ja hauptsächlich für mich. Und für die Videos. Und so Contests sind immer noch zusätzlich eine coole Sache. Aber sind für mich nicht so wichtig.